Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Telefonterror. So erkennst du Werbeanrufe und Betrüger. Immer wieder gibt es Phasen, in denen Werbeanrufe zu dir durchgehen und Betrüger deine Telefonnummer wählen. In beiden Fällen solltest du vorsichtig sein. Doch wie erkennst du solche Spam-Anrufe? Und wie kannst du dich schützen? Alles, was du tun kannst und wissen musst, erfährst du jetzt. Callcenter – vermeintliche Gewinnspiele oder Unternehmen, die neue Produkte an den Mann bringen wollen. Wenn es um Werbung geht, werden die betroffenen Unternehmen kreativ. Bis vor einigen Jahren wurden Verbraucher noch regelmäßig am Telefon belästigt. Auch Betrüger greifen immer wieder zum Telefon. Wie etwa im Frühjahr 2022. Das hat zwar mittlerweile ein wenig abgenommen, doch gehört der Telefonterror nach wie vor zur Praxis dazu. Und das, obwohl Telefonspam und Telefonwerbung verboten ist. Dass es dabei nicht selten mit illegalen Mitteln zugeht, ist ein offenes Geheimnis. Doch wie kannst du dich schützen? Und welche Tricks sind im Umlauf? Telefonspam – so dreist sind die Tricks. Eine besonders beliebte Betrugsmasche. Sich als Mitarbeiter einer bekannten Firma auszugeben. 2020 waren beispielsweise Amazon, Zalando und Co. Ziel der Täter. Aber auch Paketdienstleister wie DHL. Vor allem Letztere bekamen durch die Corona-Pandemie einen deutlichen Aufschwung. Dadurch die Schließung des Einzelhandels ein großer Teil der Bevölkerung eben online bestellt. In puncto Telefonspam unterscheiden sich interessanterweise die Vorhergehensweisen weltweit im Vergleich zu Deutschland. Sind es rund um den Globus vor allem vorgebliche Inkasso-Unternehmen, die Verbraucher am Telefon belästigen, ist es in Deutschland mit fast 30% primär aggressiver Werbung. Inhaltlich geht es dabei oft um Gewinnspiele oder Umfragen. Oder laut Umfrage von Teltos zum Großteil von Telekommunikationsunternehmen, Versicherungen, Meinungsforschungsinstituten und Energieberatern. Aber auch die Trading-Betrüger, die kennen wir ja hier zur Genüge. Die Maschen der Anrufer sind dabei nicht neu, sondern stützen sich immer wieder auf altbewährte Tricks. Stichwort Enkeltrick. Bei diesem geben sich die Kriminellen als Enkel älterer Leute aus und pochen auf eine finanzielle Unterstützung. Aktuell liest man außerdem beispielsweise verstärkt Beschwerden über eine selbsternannte Bonuszentrale, die einem mitteilt, man habe gewonnen. Wie man im Portal Teltos Justiz- und Verbraucherschutz erklärt, kann man hier direkt auf der Webseite nachlesen. Das Prinzip der Telefonwerbung basiert genau auf dem Moment des Überrumpelns. Ziel ist es dabei, dem Angerufenen kostenpflichtige Verträge anzudrehen. Telefonwerbung und Betrug. Die Fakten. Wer Fälle hört, bei denen Menschen auf Gewinnspiele oder den Enkeltrick hereinfallen, schlägt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen und fragt sich, wie das sein kann. Doch es ist ein Irrtum, das vor allem ältere Menschen den Betrügern am Telefon Glauben schenken. Es kann jeden treffen. Nicht zuletzt durch die ausgeklügelten Maschen der Kriminellen. Manchmal reicht es ein einfaches Ja. Egal auf was bezogen. Und die Kriminellen schneiden das Telefonat so zusammen, dass sie dir einen kostenpflichtigen Vertrag unterjubeln können. Das heißt, so wie wir hier am Telefon mit den Betrügern umgehen, solltet ihr das natürlich nicht nachmachen. Schon gar nicht mit euren echten Daten. Schon ein einfaches Ja am Telefon kann so missbraucht werden, dass ihr aus einem bestimmten Vertrag nicht mehr rauskommt. Telefonbetrug. Wie kann ich mich schützen? Geld verlieren kann nicht nur der, der seine Daten preisgibt. Das geschieht unter anderem auch bei sogenannten Ping-Anrufen, wo die Betrüger einen Rückruf produzieren und bei diesem hohe Gebühren verlangen. Wusstest du außerdem, dass Telefonwerbung verboten ist? Ja, also hier auf dem Kanal sicherlich schon. Aber nur dann, wenn du nicht ausdrücklich zustimmst. Bist du einverstanden, darf Werbung am Telefon an dich weitergeleitet werden. Das heißt, bestätigst du es einmal, am Telefon nochmal angerufen zu werden. Da du dich ja vermeintlich legitimiert hast, bist du ja auch die Zielperson am Telefon. So dürfen dich weitere Betrüger auch in Zukunft anrufen. Schlussendlich, auch wenn Betrüger ihre Nummer ganz einfach ändern können, ist es trotzdem wichtig, die Telefonnummer zu melden. Zum Beispiel bei der Bundesnetzagentur an die E-Mail-Adresse rufnummernmissbrauch at bnetza.de Bnetza steht für Bundesnetzagentur und ist schlichtweg nur die Abkürzung. Kommt ein Unternehmen aus Deutschland und führt illegale Werbeanrufe durch, kann die Bundesnetzagentur hohe Bußgelder verhängen und die Nummern sperren lassen. Technische Hilfe für Smartphones Den Schutz muss man aufteilen. Einerseits in technischen Hilfsmitteln. Andererseits in persönlich zu ergreifende Maßnahmen. Auf technischer Seite stehen beispielsweise Apps für dein Smartphone zur Verfügung. Die es dir ermöglichen, Spam-Anrufe direkt zu erkennen. Clever Dailer zum Beispiel ist eine davon. Oder eben auch Teltos Caller-ID. Also Caller-ID. Ja, und diese Apps können ganz einfach Spam-Anrufe blockieren. Die Apps sind sowohl für Android als auch für iOS zur Verfügung. Google will bei dem Problem ebenfalls Abhilfe schaffen und hat die neue Funktion Verifizierte Anrufe ins Programm genommen. Die hauseigene Telefon-App, die bei Android sowieso vorinstalliert ist, soll mittels einer Datenbank ebenfalls unseriöse Anrufe im Vorfeld schon erkennen können. Das heißt, es steht direkt im Display dran, dass es ein Spam-Anruf sein könnte. Wurdest du bereits von einer mysteriösen Rufnummer angerufen und hast den Anruf womöglich auch entgegengenommen, kannst du in einer Telefon-App auch eine Blacklist erstellen. Das funktioniert sowohl bei Android als auch bei iOS. Ganz einfach über die Telefon-Apps. Dann können dich die Betrüger nicht mehr anrufen. Telefonnummer bei Android blockieren Dazu öffnest du einfach nur die Telefon-App und dann auf das Drei-Punkte-Menü. Tippe dort auf die Anrufliste und danach auf die Nummer, die du blockieren möchtest. Klicke auf Blockieren, Spam melden und fertig. Unbekannte Telefonnummern unter Android kann man ebenfalls blockieren. Telefon-App öffnen und dort das Drei-Punkte-Menü wieder öffnen. Navigiere zu den Einstellungen und nachfolgend auf Blockierte Nummern. Menüpunkt Unbekannt aktivieren. Fertig. Schon können dich keine unbekannten Telefonnummern mehr bei Android belästigen. Das gleiche funktioniert auch bei iOS, also beim iPhone. Telefonnummern unterm iPhone blockieren. Telefon-App oder alternativ Anrufliste aus der Voicemail öffnen. Tippe auf das I-Symbol neben der Nummer bzw. der Person, die blockiert werden soll. Bis nach ganz unten scrollen und Anrufer blockieren auswählen. Schon kommen auch diese Anrufer nicht mehr durch, die ihr ausgewählt habt. Aber auch bei iOS kann man diese unbekannten Rufnummern stumm schalten. Öffne die Einstellungen und gehe zum Unterpunkt Telefon. Wähle dort entweder unbekannter Anrufer stumm schalten oder Anrufe blockieren und identifizieren aus. Schon klingelt das Telefon nicht mehr, wenn euch irgendwelche fremden Telefonnummern anrufen, die nicht in eurer Liste stehen. Maßnahmen für dein Festnetztelefon. Bei Festnetztelefonen fehlt in der Regel die digitale Möglichkeit, wie es bei den Smartphones eben gibt. Dennoch kannst du auch hier die lästigen Anrufe abwehren. Auch hier gibt es Abhilfe, die von dem Portal Teltos kommt, sich aber in erster Linie an Fritzbox-Benutzer richtet. So lässt sich die Telefonwerbung beispielsweise mit einer sogenannten Card-DAF-Einbindung in der Fritzbox verhindern. Dabei handelt es sich um einen Client-Server-Protokoll für Adressbücher. Das heißt, der Spam wird durch Rufnummern, die in diesem Adressbuch hinterlegt sind, als Risiko eingestuft. Und somit nicht mehr bei euch zum Klingeln durchgelassen. Automatisch in die Blocklist, einfach vom Festnetz eingefügt. Denn der Anrufertyp und der Name zeigt das Telefon folglich auf dem Display an. Alternativ kannst du die Card-DAF-Einbindung auch für unseriöse Anrufe direkt unterbinden. Das Online-Telefonbuch von Teltos gibt eine Risikobewertung auf einer Skala von 1 bis 9 ab. Ab einer Stufe von 7 oder höher können die Rufnummern direkt in eurem System gesperrt werden. Bei Anschlüssen der Telekom kannst du auch das Sicherheitspaket Plus buchen. Das teure Telefonnummern für deine Anlage komplett sperrt. Persönlicher Schutz durch dich selbst der wohl wichtigste Punkt. Hast du dennoch einen Werbeanruf entgegengenommen, kannst du trotzdem noch viel erreichen. Das sicherste und einfachste Mittel ist schlicht Auflegen. Alternativ kannst du den möglichen Betrüger oder Callcenter-Mitarbeiter ebenfalls aus der Fassung bringen, indem du Gegenfragen stellst. Wie eingangs erwähnt zielen Werbe- und Spam-Anrufe auf Überrumpelung ab. Den Spieß kannst du definitiv auch umdrehen. Meistens versteht man weder den Namen noch die Firma des Anrufers. Somit kannst du mehrfach nachfragen, mit wem du eigentlich sprichst. Außerdem, woher haben sie eigentlich deine Rufnummer? Das wäre auch mal eine nette Idee, das in Erfahrung zu bringen. Was ist das für ein Gewinnspiel? Und wieso ist deren Rufnummer eigentlich unterdrückt? Oder beispielsweise, wieso ruft dieses Callcenter mit einer Handynummer an? Mit diesen Fragen legen die Callcenter-Mitarbeiter in der Regel relativ schnell auf. Lass dich nicht einschüchtern und schon gar nicht an der Nase herumführen. Hinterfrage stattdessen während des Gesprächs kritisch, ob du zum Beispiel bereits eine Dienstleistung von dem Unternehmen in Anspruch genommen hast. Zum Beispiel beim Microsoft-Trick. Oder du tatsächlich mit einem Inkasso-Unternehmen in Berührung kommen könntest. Trick 17. Wenn du dein Handy oder Laptop zur Hand hast, suche parallel im Internet nach dem Unternehmen. Oder der Rufnummer. Und sage das auch dem Gesprächspartner. Ziemlich schnell wird man hier deinen Betrüger schon automatisch los. Sage niemals Ja, sondern umgehe das Wort, wenn möglich. Oft wollen Betrüger das Ja, um dir im Nachhinein kostenpflichtige Verträge anzuhängen. Gib niemals Daten von dir preis. Wirst du den Anrufer nicht los oder bist dir unsicher, ob es sich um einen Spam-Anruf handelt? Räume dir Bedenkzeit ein und sprich mit der Familie und Freunden darüber. Der wohl beste Schutz ist aber grundsätzlich, nicht bei Telefonnummern, die man nicht kennt, dran zu gehen. Wenn ihr nicht dran geht, dann, ja, geben die Betrüger ziemlich schnell in der Regel auf. Natürlich wird's der nächste Betrüger irgendwann wieder bei euch probieren. Solange ihr aber nicht ans Telefon geht, kann euch auch nichts passieren. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiere alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!